Die sind auch in mir da. Die sind da reingefahren in den Augen gefahren. Nach dem Umgang ist das so. Der ist beim Baum ist schon wieder. Es gibt schon etwas anderes. Das ist aber das Einzige. Die haben wir ja selber noch nicht gesehen. Der Waldbrand geht jetzt los. Der Waldbrand geht jetzt los. Der Waldbrand? Ja, das ist wirklich voll super. Ist das der H oder was? Ja, das hat sie. Geh. Man hat den Steckmann. Vorher gesagt. Vorher gesagt. Das muss der Wald mal zusammenbringen. Wie gibt es denn die? Jetzt habe ich es denn die. Ich habe es gerne. Ich habe es gerne. Lump oder Matten von Möse. Geh. Also Silo, ein die Hand. Das kann man heute hinschalten. Ja, das ist ein Mensch.